Ich bin ganz gemütlich live-streaming dieses Spiel hier mit meinem selbst ausstellten Verein FC Halloween 31 und Leute, ich habe vorhin das in meinem anderen Video auch schon gesagt ich finde das richtig scheiße und ich kann es euch jetzt hier beweisen das Problem muss schnell behoben werden, bitte weil das ist richtig scheiße weil ich gerade daran ein scheiß Problem habe kann ich mit diesem selbst ausstellten Verein nicht daran weitermachen ich habe den, keine Ahnung, ich habe den jetzt zum dritten Mal diesen Verein nochmal neu erstellt also ich musste den Verein mehrmals wieder nochmal neu erstellen und jetzt habe ich kein Bot mehr drauf ich stehe jetzt immer auf Kalender wir sind hier kurz vor 3, 4 Deadline und jetzt guck mal, pass auf, was jetzt passiert am 29. oder 28. halt also, wie, so, kann sowas also, Leute, Liebe Liebe, äh die, 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 warum, 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 hast du nicht so eine scheiße sowas muss behoben werden bitte, sofort weil, ich weiß nicht, was dieses scheiß Problem hätte verursacht aber ich will jetzt mal nachgucken auch mal, was das ist und ich hoffe, ihr scheiß Leute sind es behoben ... ... ... ... ... ...